Hallo, ich bin der Sebastian und das ist mein Impuls für das Barcamp. Schülerzentriertes Lernen mit und trotz Erklärvideos. Warum ich einen Impuls vorstellen darf, ist ganz einfach. Ich versuche seit sieben Jahren, das Digitale irgendwie in den Unterricht hinein zu bekommen und habe da viel ausprobiert, viel falsch gemacht und vielleicht auch irgendwann die richtige Spur getroffen. Von meinen Erfahrungen kann ich jetzt viel erzählen und deswegen bin ich heute hier, um von meinen Ideen rund um den Einsatz von Erklärvideos zu berichten. Das Problem dabei ist, alles was hübsch und schön ist, digital, also zum Beispiel auch ein Erklärvideo, ist nicht automatisch sinnvoll für das Lernen. Denn hier gibt es viele Fallstricke zu beachten. Der Einsatz eines Videos ist nicht automatisch das, was am Schluss zu gutem Unterricht führt. Das habe ich leidvoll erfahren müssen und das will ich Ihnen mit dem Impuls heute mit auf den Weg geben. Deswegen auch meine Einschränkung, nicht nur Lernen mit Erklärvideos, sondern trotz Erklärvideos. Denn diese haben auch ihre Macken. Während der Corona-Krise sind meine Klickzahlen bei YouTube explodiert. Davor hatte ich eher ein paar wenige Klicks und plötzlich schießt es nach oben. Woran liegt das? Ich glaube, dass ganz viele Lehrer jetzt gedacht haben, Mensch, das, was ich normalerweise im Unterricht mache, das ersetze ich jetzt eins zu eins durch ein Erklärvideo. Und diese Lehrer haben wahrscheinlich meine Videos einfach nur so nach Hause transferiert. Das ist ein erster Schritt, aber ich kann Ihnen sagen, ein Erklärvideo allein macht noch keinen guten und neuen Unterricht. Normalerweise bekomme ich auf meinem YouTube-Kanal sehr viele positive Kommentare. Ja, ich habe es verstanden, das war super. Das war in der Corona-Krise anders. Da kamen sehr viele Beschwerden. Mein Lehrer hat mir das aufgegeben und ich habe keinen Bock. Und verstanden habe ich es erst recht nicht. Aber woran liegt das jetzt? Dass dieselben Videos vorher viel besser bewertet wurden, als jetzt, wo es sehr, sehr viele anschauen. Normalerweise sind Videos sehr populär. Schaut man sich verschiedene YouTube-Kanäle an, dann findet man fast zu jedem Thema, das in den Lehrplänen Deutschlands behandelt wird, ein Erklärvideo. Mehrere hunderte Millionen Klicks werden so generiert. Schüler gehen freiwillig auf YouTube und schauen sich solche Videos an. Doch warum macht es bei dem einen Klick und beim anderen nicht? Nimmt man ein Video für sich, dann hat es sehr oft Probleme mit sich. Es gibt die sogenannte Überflutung von Reizen, Cognitive Load Theory. Das heißt, wenn Ton, Bild, Text und alles zusammenkommt, überfordert das viele Schüler. Das merkt man auch ganz normal beim Frontalunterricht. Wenn ich 30 Schülern gleichzeitig im selben Tempo ohne Rückfragen irgendwas erzählen möchte, dann steigen die ersten nach ein paar Sekunden aus, die anderen später und die einen erst am Schluss. Das heißt, so ein Video, das in 4-5 Minuten versucht, den Thaleskreis zu erklären, macht bei dem einen Klick und bei dem anderen überhaupt nicht. Dementsprechend kommt es oft zu einer Überlastung. Eine Überlastung in der Wahrnehmung. Wo soll der Schüler hinschauen? Was soll er alles verstehen? Und was ist jetzt alles an neuen Begrifflichkeiten da? Gleichzeitig sind die Schüler es nicht gewöhnt, selbstständig da durchzukommen. Denn wenn ein Video angeschaut wird, ist das wie bei YouTube. Langweilige Inhalte werden durchgeklickt, ans Ende geklickt, übersprungen. Man schaut sich gar nicht von A bis Z das Ganze an. Auch dieses Video wird eine miserable durchschnittliche Wiedergabezeit haben. Das kann man nämlich bei YouTube anschauen. Ein Video, das bei mir 5 Minuten dauert, hat eine durchschnittliche Wiedergabezeit von 2 Minuten. Durchschnittlich schauen also Schüler 2 Minuten lang meine Videos an. Und damit haben sie natürlich nicht alle Inhalte verstanden. Es muss also erstmal zur Sicherheit festgestellt werden, dass die Schüler das Video auch anschauen. Dass die Schüler lernen, mit einem solchen Video umzugehen und nicht sich einfach nur durchzuklicken. Und der letzte Punkt. Hat man ein Video auch wirklich verstanden? Frägt man direkt nach dem Video gucken, sagt man, ja oh man, der hat es so gut erklärt, da habe ich alles verstanden. Wenn man dann aber nachfragt, was sind denn die Inhalte, was kommt denn vor? Gib mal in deinen eigenen Worten wieder, was du verstanden hast. Dann schaut es ziemlich mau aus. Dann kommt sehr wenig bei raus. Das sind nur drei Aspekte, warum der Einsatz von Erklärvideos nicht per se zu gutem Unterricht führt. Denn es führt zu Überfrachtung, zu Überladung. Schüler sind es nicht gewohnt, selbstständig Videos zu gucken. Können nach YouTube quasi nicht einfach nur ein Video von vorn bis hinten anschauen und haben dann alles verstanden. Und sie glauben, sie haben etwas verstanden und haben es dann doch nicht. Derjenige, der es erzählt hat, hat es einfach nur saugut erklärt. Ich setze seit 2013 Erklärvideos in meinem Unterricht ein. Und da wurden natürlich auch meine Schüler immer wieder dazu befragt, wie findest du es, Unterricht beim Herrn Schmidt zu haben? Und die Schüler sagen immer so, ah die Videos sind toll, man kann sie vor-zurückspulen, man kann sich den Herrn Schmidt tausendmal anschauen, er ist immer freundlich und so weiter. Wenn man sich aber den Unterricht dann mal genauer anschaut, dann finden sich dort zwar Erklärvideos, aber diese allein machen nicht den Unterricht aus. Das ist nur das, was beim Schüler hängen bleibt. Das ist das, was dem Schüler die Sicherheit gibt. Wenn er etwas nicht verstanden hat, dann kann er sich ein Video vom Herrn Schmidt anschauen und kann notfalls nochmal nachgucken, wie etwas gegangen wäre. Aber eigentlich steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt, nämlich die Selbstständigkeit des Schülers. Ich als Lehrer will mich aus diesem Frontalunterricht, aus dieser zentralen Führung von Unterricht herauslösen und will zum Begleiter, zum Lernbegleiter werden. Ich will fördern und fordern im Hintergrund, aber nicht 30 Schüler gleichzeitig. Ich will, dass die Schüler eigenverantwortlich arbeiten. Und das geht eben, indem ich ihnen Material zum selbstständigen Arbeit zur Verfügung stelle. Aber das mache ich eben nicht, indem die Schüler einfach nur Arbeitsblätter abhaken und danach die Lernziele erfüllen, sondern der Unterricht versuche ich so gut wie möglich problemorientiert aufzubauen. Die Schüler bekommen Aufgaben, um selbstständig auf irgendetwas zu kommen. Dabei sollen sie kreative Lösungswege entdecken, selbst auf Lösungswege kommen, um dann Thesen aufstellen zu können, die sie nachher falsifizieren oder verifizieren können. Vor allem aber steht der Dialog im Mittelpunkt, das gemeinsame Ausarbeiten, das gemeinsame Zusammenarbeiten von Überlegungen, von Problemen. Das steht im Mittelpunkt des Lernens. Dafür kommen wir doch zusammen, dass wir uns unterhalten, dass wir Dinge aushalten, dass wir Meinungen von anderen aushalten, aber dass wir gemeinsam versuchen, Lösungen hinzubekommen. Und das geht übers Entdecken um gut gestellte Aufgaben, sodass am Schluss dann auch Lehrplaninhalte erfüllt werden können. Das geht in Projektarbeit am besten, denn während man Projekte löst, während man an Projekten arbeitet, kann man einerseits Inhalte aus dem Lehrplan lernen, aber gleichzeitig auch fürs Leben lernen, sich miteinander befassen, Probleme lösen, Probleme entdecken und selbst auf irgendwelche Lösungen zu kommen. Diese Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ist für mich das A und O von Unterricht, dass die Schüler nicht nach der 10. Klasse bei mir aus dem Unterricht hinausgehen und bei der nächsten Frage schauen, wo der Herr Schmidt ist, der ihnen hilft, sondern dass sie selbst lernen, Lösungen zu finden. Also warum jetzt noch einmal Erklärvideos? Weil es Klick machen kann. Weil es aber bei vielen Schülern an ganz unterschiedlichen Stellen Klick macht, reicht ein Erklärvideo nicht aus. Bei dem einen macht es Klick, wenn er das erste entdeckende Problem vor sich hat und dann, ah, jetzt habe ich es kapiert. Oder beim anderen macht es Klick, weil er sich mit dem anderen unterhält und, ah, jetzt habe ich es kapiert. Bei dem anderen, weil er gefordert ist, weil er sich reinfuchst, weil er irgendwas verstehen will und, ah, jetzt habe ich es kapiert. Bei dem anderen, der das Ganze siebenmal wiederholt, damit er es verstanden hat. Bei dem anderen, der eben ein Erklärvideo anschaut und bei dem es dann Klick macht. Meine Theorie, ein Schüler, der durch ein Erklärvideo einen Klick hat, der das dann kapiert, der hat sich vorher damit befasst, hat sich vorher mit der Thematik auseinandergesetzt. Deswegen schreiben ja so viele in den Kommentaren drunter, ah, jetzt habe ich es verstanden, im Unterricht habe ich nichts verstanden. Ja, aber im Unterricht haben sie viele andere Zugänge gelernt, wie man auf das Thema kommen kann. Und dann macht es halt mit dem Videoklick. Das heißt, nur ein Video allein an Schüler rauszugeben, ergibt nicht viel Wissenswertes. Aber wenn man Unterricht so gestaltet, dass es an verschiedenen Stellen Klick machen kann, dann schadet auch ein Erklärvideo nicht. Vielmehr gibt es dem Schüler dann Halt. Wenn er es eben nicht verstanden hat, hat er noch die Option, am Schluss ein Erklärvideo anzuschauen. Beim Lernen zu Hause geht es also nicht darum, den Schülern einfach nur ein Erklärvideo zu geben, sondern sie brauchen Auseinandersetzung, Dialog. Und daraus kann man sich dann überlegen, wie muss denn Unterricht danach gestaltet sein? Wie können wir denn die Präsenz, dass dieses soziale Wir, das kommunikative und kooperative im Unterricht, wie können wir denn das bestmöglichst aufwerten? Dass wir nicht wieder vor der Tafel stehen und stundenlang irgendwas vorrechnen oder vormachen, sondern dass der Schüler im Zentrum des Lernens steht. Und damit setzt sich seit Jahren der Flipped Classroom auseinander. Ich gebe Sachen, die Schüler zu Hause machen können, auf die Hausaufgabe auf und im Unterricht wird dann auseinandergesetzt, wird dialogisiert, wird kommuniziert, wird kooperiert. Ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel die Mitternachtsformel im Fach Mathematik. Um diese anzuwenden, könnten wir doch zu Hause ein Erklärvideo anschauen und dann im Unterricht miteinander überlegen, wie wenden wir diese an. Das ist was sehr Algorithmisches. Das kann man nicht entdeckend lernen. Aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel den Thaleskreis. Zu Hause könnte der Schüler etwas ausprobieren. Er könnte probieren, ein Dreieck zu verändern. Was passiert mit dem Winkel? Um dann im Unterricht den anderen erzählen zu können. Mensch, ich habe das festgestellt und ich habe das festgestellt. Im Dialog, im Kommunizieren findet dann Mathematik statt. Man setzt sich auseinander. Der eine hat einen kleinen Fehler mit eingebaut. Der hat etwas nicht sauber genug gemacht. Und man einigt sich dann auf bestimmte Sätze, die gelten müssen oder bestimmte Phrasen, die dann funktionieren. Eine Regel aufzustellen. Und diese Auseinandersetzung und Vertiefung findet dann im Unterricht statt. Und dafür macht dann zu Hause der Schüler zum Beispiel einen Hefteintrag, eine Ergebnissicherung. Er schaut sich das Erklärvideo an. Wie geht denn der Thaleskreis? Auch hier die Frage, muss man deswegen die Videos selber machen? Man kann sie natürlich auch einfach nehmen, sich bei YouTube bedienen. Das sind in Mathe jetzt zwei unterschiedliche Herangehensweise. Einmal etwas Algorithmisches, also eine Regel vorgeben und zeigen, wie sie geht. Und man macht es im Unterricht nach. Oder durch eine kleinere Aufgabe, sich hinarbeiten, etwas selbst entdecken und kommunikative Prozesse anzustoßen. Das sind Lehrplaninhalte, die ein fixes Ergebnis haben. Gleichwohl kann man das aber auch mit Projektarbeit einfließen lassen. Zu Hause etwas vorbereiten, das dann in der Schule diskutiert wird. Das kann ich natürlich auch für Englisch oder andere Fächer machen. Als Beispiel, wenn ich das Past Progressive einführe im Fach Englisch, dann geht das häufig über Text, geht das über Dialog, geht das mit Auseinandersetzung und Kommunikation. Aber um das Past Progressive zu verstehen, muss ich voraussetzen als Lehrer, dass das Simple Past verstanden wird. Also kann ich doch als Hausaufgabe zur Vorbereitung aufgeben, schaut euch das Simple Past Video an. Und erinnert euch noch einmal, was wir schon gelernt haben. Im Unterricht können wir dann davon ausgehend das Past Progressive lernen. Und damit wir auch möglichst viel Zeit für Vertiefung und Dialog und Sprechen im Unterricht haben, gibt es das Erklärvideo des Past Progressive zur Nachbereitung. Es gibt in jeder Didaktik Sachen, die müssen Lehrer erklären, wiederholen, vertiefen. Oder, um Ergebnisse zu sichern, gibt es einen Heftaufschrieb. Das alles kann ein Erklärvideo leisten. Das Wichtige ist, den Präsenzunterricht aufzuwerten, das Dialogische, das Kooperative. Für mich ist die Veränderung von Schule, eine Schule neu zu denken, der Fokus auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Aber damit darf es nicht enden. Es muss vernetzt werden. Es muss nachhaltig gearbeitet werden. Fächer dürfen nicht nur für sich stehen. Projekte müssen fächerübergreifend angesetzt werden. Mir imponiert da zum Beispiel der Marchthaler Plan, der seit Jahren versucht, Unterrichtsinhalte zusammenzubringen und nicht in getrennten Disziplinen zu beinhalten. Und gleichzeitig imponiert mir der Friday, wo wir Projekte an einem Tag durcharbeiten und eben nicht nur Fächer im Kanon alle 45 Minuten abarbeiten. Im bestehenden System Dinge zu ändern und gleichzeitig Unterricht und Schule neu zu denken. Das ist das A und O und das fußt auf der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Schüler. Literatur, Ideen und Impulse gibt es dazu wie Sand am Meer. Und man muss nicht immer in neue Werke reinschauen. Man kann auch Hilbert Mayer von gutem Unterricht lernen. Dann weiß man auch, dass Erklärvideos allein keinen guten Unterricht bedeuten, aber dass der sinnvolle Einsatz alle 10 Punkte beinhalten kann. Es kommt immer auf das Wie an und nicht, ob ein Erklärvideo Teil des Unterrichts ist. Ich werde in diesem Video jetzt darauf verzichten, wie man Erklärvideos und Content erstellt, weil tatsächlich findet man so viel im Netz, dass man da sich selbst auf den Weg machen muss. Und man darf eben nicht einfach nur in zwei Zeilen versuchen, Unterricht innovativ neu zu gestalten. Sondern man muss sich schon ein bisschen damit befassen und damit ins Thema einsteigen. Man muss den Weg für sich selbst gehen und Unterricht nicht einfach mit ein paar Klicks von heute auf morgen digital machen. Es gilt, guten Unterricht zu machen. Und da gilt es eben, nicht nur Erklärvideos einzusetzen. Wer zusätzliches Material sucht, der kann schon mal in den Infokarten nachschauen oder einfach sich im Netz einlesen. Was jetzt in der Kürze der Zeit behandelt worden ist, ist digitale Lehre. Das heißt, ich verwandle meinen Inhalt so, dass der Schüler möglichst selbstständig und selbstorganisiert arbeiten kann. Wenn man aber das Lernen fürs 21. Jahrhundert ernst nimmt, dann darf es eben nicht nur bei der Mediennutzung bleiben, sondern dann müssen die Schüler selbst zum Produzenten werden. Sie müssen gestalten, sie müssen das Leben gestalten, sie müssen die Gesellschaft gestalten, indem sie selbst Content gestalten, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, die Gesellschaft zu hinterfragen, das, was passiert, zu hinterfragen und auch über bestimmte Zusammenhänge einfach etwas zu wissen. Solche Kompetenzen findet man zum Beispiel im Papier der Kultusministerkonferenz. Diese Kompetenzen sind für mich Zentrum für ein Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert. Und da geht es eben nicht darum, dass der Schüler möglichst viel konsumiert, sondern dass er möglichst viel produziert. Dass er sozialisiert wird, dass er auf eine Gesellschaft vorbereitet wird, die durch Medien durchdrungen ist. Und wenn er sich mit diesen Medien intensiv befassen möchte, dann reicht es eben nicht nur ein Erklärvideo anzuschauen. Dann muss er mehr können, dann muss er sich mit dem Ganzen gesellschaftlich auseinandersetzen. Und das wiederum geht im Dialog und im selbstständigen Tun. Ich danke euch fürs Zuhören. Auch wenn es jetzt rudimentär nur eine Viertelstunde gedauert hat, hat es mir viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf eure Fragen und eure Impulse. Bis bald. Tschüss.